Das ist ein Einkaufszentrum und man hat ihn genannt Burkano Buolo. Wieso? Ja, weil die haben das gebaut, genauso groß wie der Mund von dem Besuch ist. Das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Oh, das ist ein Kuss. So, jetzt ist es ein bisschen Ich glaube, das ist toll Ich habe dich auf die Rolle Wow, das ist ja gut. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Das sieht aber so aus, dass jetzt am neuen Geschirr. Das ist doch mal ein bisschen. Das ist so ein System. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR